weiter geht's heute mit fahrrad new dawn und wir wollen nicht diesen funkturm annehmen die war ja in der letzten folge so ja mehr oder weniger erfolgreich versucht haben anzufliegen ich habe unter anderem jetzt die ganzen feinde immer weggeschossen ihr habt ja in der letzten weg ist mitbekommen das war plötzlich mal drei feiner war mal gespawnt mann scheißtee war piste so und jetzt also wir können jetzt hier von unten dadurch das propaganda plakat was hier war habe ich zerstört das habe ich verbrannt ich muss doch gerade checken ich verarsche jetzt bin ich jetzt hier gelandet hier ich verarsche wie soll ich da hochkommen oder wie soll ich da weiterkommen es geht hier gleich schon wieder von vorne los oder was ich habe gerade mal ein bisschen überlegen wo komme ich jetzt weiter es macht natürlich total sind dass es sich dunkel wird wieso kann ich runter ich verarschen jetzt das sind da jetzt weiter da kann ich sehen jetzt das war falsch dann machen wir das doch hier und ich hatte mir hier auch So, ich muss mich nochmal kurz ein bisschen... Ah, hier geht es weiter. Okay. Doch, war schon richtig. So, lesen. So, ihr Säcke. Feierabend für heute. Sende, Schluss. So, Aussichtsposten. Auf Funktorn befreit, 9 von 17. Fehlen noch 8. Und ich muss gerade zugeben, dass es tatsächlich die Anreise schlimmer war als... Dass die Anreise am Ende schlimmer war als die... Ach, leck mich doch auf den Senkel. Haut mich doch einfach mal ab. Jetzt verpiesel ich. Sonst brauche ich Grillvogel aus dir. So, jetzt. Klar, ich muss hier natürlich wenig wie ich jetzt auch noch heilen. So, und jetzt komme ich da. Jetzt. Aha. Ich fliege. Oh, was für eine Nummer, Alter. Was für eine Nummer. So, wir haben als nächstes... Können wir hier anfangen, bitte machen. Aber wir haben auch immer die ganzen Festungen sehr schwer. Genau, jetzt haben wir den nächsten Funkturm aufgedeckt. Wie gesagt, einige fehlen noch. Das sind ja auch bei oben noch. Ansonsten haben wir, glaube ich, ja alles. Für unten ist ja alles frei mittlerweile. Nee, da ist noch einer. Nee, da ist noch einer. Der ist noch einer. Da könnte man doch mal einen. Dann haben wir da unten nämlich alles clear. Und dann fehlt noch so viel. Der ist ganz im Norden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und der 8. Und wie gesagt, das ist der, der sich gerade markiert hat. Die Frage ist, ja, wir nehmen uns eine Heli. Ich schnapp die Schande voll mittlerweile vom Anreißen. Ja, Abflug. Ich muss mich nochmal wieder orientieren. Jetzt. Wo müssen wir denn da überhaupt hin? Ja, ich muss runter. Wir sind zu hoch. Aber hier ist es doch eigentlich ein bisschen einfacher als ständig. So, zerstöre ein paar ganz Dinger. Die brauchen wir gerade nicht. Wie gesagt, die werden immer mal wieder spawnen. Deswegen ist das eh wurscht. Das Paar habe ich, glaube ich, mittlerweile auch schon zerlegt. Wie gesagt, jetzt machen wir das Ding hier. Und dann haben wir am Norden fast alle Türme. Bisher war es dann noch mal Westen. Dann ist Gott sei Dank alles ruhig. Dann haben wir nämlich oben noch die 7. Und dann haben wir Feierabend. Dann haben wir nämlich alles einmal aufgedeckt. Und dann kann der gute Pagamin seinen Propagandascheiß nicht mehr verbreiten. Wie gesagt, das ist auch der letzte Funkturm, den wir jetzt noch machen werden. Dann haben wir wenigstens Farquay weg. Dann kann ich das in Ruhe heute anders schneiden. Ich muss jetzt nämlich gleich noch weitermachen mit Formel 1. Dann haben wir wieder eine Doppelzicht. Ich muss nämlich für meinen Urlaub ein bisschen vorbereiten. Mein Material. Das ist immer wichtig. Dass hier dann während ich dann nächste Woche weg bin. Material abdrehen. So. Haben wir hier einen Flugplatz oder was? Köhrad Airport. Der ist bestimmt mit Sicherheit ein Außenposten. Das ist noch nicht mal ein Außenposten. Das ist nur ein Wegpunkt. Okay. Also ich muss zugeben, ich hätte das jetzt mir als Außenposten durchaus gut vorstellen können. Das ist aber sowas ähnliches. Weil ich gerade sehe, da ist nämlich ein Alarm mit drin. Also müsste man den theoretisch irgendwann mal erobern. Das machen wir definitiv nicht heute. Das machen wir irgendwann mal. Frage. Da oben drauf landen, macht keinen Sinn. Ich sitze da dran. Ich glaube ich. Gehen wir da runter. Oh. Ich rasiere mal die Bäume. Ich sehe hier gerade die Zeit für Baumschneider arbeiten. Ich gucke nur gerade, ob hier irgendwie noch... Aha. Hier ist noch ein Plakat. Wunderbar. So. 424950. Bist du Feiner? Ein Freund. Ein Freund. Ein guter Freund. Stimmt. So. Okay. Dann müssen wir mal schauen, wie wir es jetzt weiter angehen. Ach so. Wahrscheinlich hier, oder? Auch nicht. Okay. Wieso komme ich denn hier hoch und kann ich weiter? Müssen wir darüber springen? Jawohl. Tatsächlich. Ja gut, es war viel zu mit den... Okay, jetzt müssen wir da wieder rüber. Ja. Nein. Nein. Drecksack. Das war schon ein richtiger Weg. Ich wäre da hochgekommen. Das wäre nicht das Problem gewesen. Ach, lenke mich doch im Arsch. Jetzt muss... Kannst du das nicht machen wie in Uncharted? Einfach die andere Seite nutzen. So, da. Geht's halt. Ja, hoch damit. Jawohl. Wärts mal hoch. So, jetzt müssen wir gucken, wo wir lang müssen. Das war der Weg dahinter. Ich hab's doch schon gesagt. Ich hatte Tee. So, wo muss ich jetzt mal weiter? Warte mal. Warte, warte mal. Okay. Achso, wir müssen... Okay. 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 Sorry, ich muss mich noch ein bisschen konzentrieren gerade. Ach, du sollst die Waffe nicht wechseln, aber okay. Jetzt soll ich hier hoch. Und dann geht's hier hoch. So, jetzt hoffe ich, sind wir am Ziel. Ja. Jetzt bitte, wie soll ich da kurz vorm Ende runterfallen oder so? So, jetzt ist vorbei. Jetzt können wir das Ganze machen. Sieben noch. Dann haben wir's. So, geschafft. Und eine weitere Waffe. So, alles mit dem, was hier so liegt. Und jetzt geht's für uns einmal runter. Noch sieben fehlen. Also, wie gesagt, der ganze Norden, der fehlt uns noch. Dann haben wir auch alle Funktürme online. Und ich würde sagen, hier machen wir Feierabend. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wie gesagt, der Nebel soll jetzt nicht genau, der Nebel soll jetzt mit verschwinden. Das ist immer eine gute Idee. Und dann bin ich raus für heute. Bis dahin und auf Wiedersehen. Bei Let's Play Fuck Why. New Dawn. In der nächsten Folge machen wir weiter mit dem Trainingsgelände. Ne? Tschüss.